Heute sind die Kleinen den siebten Tag bei uns und ja, seht selbst, ich kann alles mit denen machen. Ein hundertprozentiges Vertrauen ist aufgebaut worden in kürzester Zeit. Und wenn ich jetzt rausgehen könnte, würde ich sie auch schon fliegen lassen. Ich muss aber noch ein paar Tage warten, ich schaffe das noch nicht. Und ja, eigentlich die Kleinen, also die würden nicht wegfliegen, da habe ich gar keine Bedenken. Aber die können noch nicht so richtig gut fliegen, die können nicht landen, das ist das große Problem. Und das müssen wir hier drinnen erst noch ein bisschen üben. Ja, ihr seid die ganzen Westen, ihr seid heute hier alle Westen, ihr seid heute hier alle Westen. Ja, das ist alles nicht so selbstverständlich. Auch ein Vogel muss richtig fliegen lernen und landen lernen, starten lernen. Ja, alles was dazu gehört zu so einem schönen Vogelleben. Aber schaut mal, ich kann alles mit denen machen, über die Flügel, unter die Flügel. Die bleiben einfach stehen, ich könnte ihn jetzt auch einfach so hoch nehmen. Also die beiden sind echt grandios, toll. Genau wie Shiva und Shabo. Und die beiden habe ich trainiert, um ins Taxi einzusteigen. Ja, ich bin jetzt zu��.